Ah, von nix kommt nix. Von nix kommt nix, so ist es. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis, wir spielen Helldive Wars 2 mit am Start. Ist ein Random, ein Ransom und ein Paule. Und wir als Vierer gespannt haben gerade schon eine Mission relativ souverän erledigt, würde ich sagen, oder? So, Hellpods manövrieren bringt gar nichts, weil ich sehe Shit. Ich sehe einfach einen Nader. Alright. Ich sehe echt nix. Hat irgendjemand einen Nachschub schon? Warum habt ihr denn schon einen Nachschub angefordert? Oh, hier gibt es einen Baum. Wenn wir den Baum wegmachen, dann sehen wir auch mehr. Ja, ja. Der Baum ruft wieder. Erstmal ein Fragezeichen, wir haben alles holen. Ja, ich sehe hier drüben schon. Oh, ich bin aber voll in einen reingelaufen. Oh, ich habe hier einen Dicken. Oh, ich habe hier richtig Probleme. Ja, bitte Luftunterstützung. Ich bringe die Party zu uns. Achtung, ich habe einen Dicken im Gepäck. Autschi. Ich bringe die Sprize rein. Ich markiere mal das Nest, damit man da mal erst entgeht. Scheiße. Ich bin eliminiert von der Säure. Der Paule, der macht das so gut. Da darf ich direkt immer neben meiner Ausrüstung landen. Sehr angenehm. So, da drüben bin ich geplatzt. Verspärkung! So, lassen wir mal das Nest schließen. Ja. Lauf ins Gefecht! Markieren, Karte! Festlicht! Lade nach! Und immer schön gucken, ob wir Proben finden. Ja. Proben, Proben, Proben. Proben machen den Kugengel. Der Unterzerstörer verlässt der Schwader. Erbitte Orbitalschlag. Feuer hat Gasangriff. Aua, ich hab die Granate zu lange festgeholt. Ei, ei, ei. Oh, shit. Oh, shit. Wer ist denn da schon wieder gestorben? Ich sterbe gleich. Verstärkung! Vordere Verstärkung an! Lade nach! Okay, geh mal runter. Schmeckt die Demokratie. Verbündeter Zerstörung war Helder im Einsatz im Kampfgebiet. Lade nach! Die Freiheit! Oh! Spitze! Freiheit, schläf nicht! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was war das denn? Eliminiert von Ransom. Ja, vielen Dank. Hahaha! Auf ins Gefecht! Ich brauche jetzt erstmal meine Waffe wieder. Ohne die Stahlwag geht nämlich nix. Keine Granate, wir müssen noch zwei Löcher schließen. Ich habe Granaten, ich bin gerade ja wieder gespawnt. Lade nach! Noch eins und wir noch retten. Fertig. Sehr gut. Markiere, Kaffee, nordöstlich. Markiere. Schmeimler. 59. Lade nach! Geht doch. Hey, ist noch ein Fragezeichen. Answer, wir müssen noch dielere� straight forward seh ben. Hab was gefunden! Sehr gut. Beide geht's. Sehr gut. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Ausdauer. So, wollen wir eben vorräten, aber eine Minute? Dann haut mal das da rein, Jungs. Erbitte, Orbitalfeuer! Orbitalschlag an! Sauber! Oh, Schiss! Gift, 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 Gift! So, erstmal Munitionssnecken hier. Hat eine seltene Probe. Sehr schön. Ich habe hier Munition. Probe gesammelt! Noch eine... Vorwerte! Noch mehr Vorwerte für Muni. Magazin leer! Ich vergesse das mal. Wie markierst du nochmal? R1. R1, aha. Kämpfeichere Munition. Ah, gut. Sehr schön. Ich habe das Paket. Okay, ich habe das Paket. Dann können wir weitergehen. Auf zum Kommunikationsreihe, oder? Ja, dann machen wir erstmal noch hier die Löcher. Hat er jemand? Nee, alles gut. Ich habe nur noch eine Spritze. Oh, ich kann nicht schießen. Oh, ich kann nicht schießen. Ich kann nur mit der Handfeuerwaffe schießen. Ihr müsst mich jetzt schützen, ne? Jungs. Ich habe schon einen Bugsau schon mal. Wenn du wiederkommst und du sterbst, ist das manchmal wieder weg. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Erbitter, Orbitalschlag. Feuert, Gasangriff. Könnt ihr bitte nicht auf mich schießen? Danke. Oh, fuck you. Oh, das war knapp. Alles für unseren Wohlstand. In Deckung. Sehr schön. Letztes Nachladen. Der Winter Orbitalfeuer. Oh, weg. Ja, er ist eh schon tot. Munition, alle. Oh, ich hänge hier wieder fest. Ja. Ich kriege das Kotzen, wenn ich an einem toten Buck hängen bleibe, einfach. Oh, da kriege ich alles. Ich sage, ihr sollt mich schützen, weil ich nur eine Handfeuerwaffe habe. Ich habe nur eine Handfeuerwaffe, Freunde, ne? Ich habe nur eine Handfeuerwaffe, Freunde, ne? Wo müssen wir denn den Datenträger hinbringen? Weil ich werde jetzt nicht mit einem Datenträger in der Hand ein Loch lösen. Ja, aber ich bin jetzt schon drin. Wir machen das schon. Nö, eben nicht. Ihr habt es ja gerade noch nicht mal geschafft, mich am Leben zu lassen bei einem normalen Pipi-Bug-Angriff. Guck mal, wo wir den Datenträger hinbringen müssen. Zum Kommunikationsrelais steht da. Ja, genau da, wo wir jetzt sind. Da vorne sehe ich was. Auf 180. Vordere Orbital-Schlag an. Feuer, Gasangriff. Schicke ein Adler rein. Demokratie im Anwarsch. Liege Paket ab. Fakt wurde die Lade. Ah! 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 Paket gefunden! gut. Soft. Nein, genau da ist es hier. Es ist nicht, das sehen wir. Das ist nicht, oder? Doch, nein, wir sind hier. Wo müssen wir die Sachen hinbringen? Ich guck grad, ich markier gleich mal. Da drüben leuchtet noch was gelb. Forderer Orbital-Schlag an! Lege Paket ab! Backaußenposten! Forderer Orbital-Schlag an! Forderer Orbital-Schlag an! Forderer Orbital-Schlag an! Lege Paket ab! Forderer Orbital-Schlag an! 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 Fordereroco varaig. Was ist das? ist ja nix los hier ist ja ungewöhnlich langweilig aber ich kann ja mal ein bisschen krach machen da wird er seine 500 kilogramm bombe das ding was ein boden alles gut ist schon in ordnung müssen nicht drehen jungs weIAM er macht then so was Ich bin der Orbitalstar, werfe Granate! Und wie ich durch die Gegend fliege. Hinter mir snecken sich ein paar kleine an. Oh shit, hinter mir snecken sich auch ein paar kleine an. Ich verflute! Kannst du wieder schießen? So lala? So lala ist nicht gut. Ja, geht. Okay, dann sehen wir Jens. Okay. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Proben suchen. Oh, gut gelandet. Wo bist du jetzt unterwegs? Oh, ich hab mal geguckt, ob ein paar Proben da waren, aber hier ist nichts mehr. Also Richtung Verheilwesten. Noch 20 Minuten für die Mission. Evakuierung verfügbar. So, Kombi. Kennzeichne Position. Vergiss es. Hier noch ein Schild. Wer will? Ja, nehm ich. Kennst mir egal. Vergiss es. Das wäre ganz geil, wenn der Ransom bei uns bleiben würde, weil dann würde der Random nämlich auch mal checken, dass er uns hinterherlaufen sollte und nicht umgekehrt. Aber wir können auch gleich privat stellen und dann haben wir keinen Random mehr drin. Ist ja nicht schlecht, dass wir ein Random drin haben. Wir drei müssen halt dann eigentlich besser zusammenarbeiten. Es ist halt, kommt auch an wie gut der ist. Also es gibt auch welche, die sind nicht so fair. Ja, ja. Ich fand den jetzt aber gar nicht so schlecht. Also mit seinem Level 15 und der spielt nicht schlecht. Das kann auch passieren, dass der schon Level 50er drin hat, der erschießt den. Ja, ja. Genau. Die Muppets halt. Die Muppets, genau. Ach, evakuieren wir schon? Ja, ja. Ist ja nichts mehr. Wir können doch das Fragezeichen hier. Äh, da habe ich gerade gesehen, da ist ein dicker. Sekunde. Das macht ja mit. Aller 1, verlasse das Kampfgebiet für Nachschub. Der Blitter-Orbitalschlag. Uh, genau auf ihm gelandet. Perfekt. Linkes Bein. Ja. Ja. Auf Schlinkebein schließen. Ja. Ist eh schon klaro. Er ist platt gemacht. oh ja selbst eine probe ich bin out of money hier liegt aber noch genug ja ich meine nur wegen die vier verteidigen die anderen bringen hier eine party mit aber ohne säure titan ist langweilig okay dann extraktions punkte oder es macht so spaß einfach in der gruppe das game zu zocken das ist so ein unterschied das perfekte koop geben einfach das ist wirklich richtig nice guck mal wir können hier was mitnehmen eins von zwei haben wir schon aktiviert macht zwei von zwei turm aufrichten ist schon einer dran am drehen soll ich das machen ja am besten haus boxe den weg und dann sage ich dir stopp wenn es so weit ist ich sage der wandel drehen kannst ja ich kann es noch nicht anfassen da kommen viecher und nicht wenige jetzt kannst du drehen wir brauchen nicht drehen alles gut passt schon erledigt okay manchmal hat man glück ich brauche nicht drehen cool so halten wir noch mehr zentrum ach doch nicht was haben wir dann drei sieben und drei wo kann man dann nachgucken was man hat das touchpad drückt ach ja vorräte vor der evakuierung der ist da zwei minuten und wo ok aber glück gehabt dieser laser ist auch ultra krass oder der laser ist geil ich mag ja bitte orbital schlag ankunftszeit Magazin leer. Ankunftszeit T-minus 30 Sekunden. Magazin leer. Ankunftszeit T-minus 20 Sekunden. Ankunftszeit T-minus 10 Sekunden. Landezone räumen. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Landung von Pelikan 1 im Gange. Easy. Geht weg vom Schiff, da töten euch. Okay. Heimat. Ordener Orbitalschlag. Bereits am Abflug. Shuttle Start in 20 Sekunden. Komm rein, Ransom. Evakuierung abgeschlossen. Es muss einfach sein, da nochmal einen Orbitalschlag reinzufahren. Sie haben auf dem langen Weg zur Freiheit ein weiteres Etappenziel erreicht. Perfekt. Nice. Schöne gediegene Runde. Ja, war echt richtig gut. Adler zurück vom Nest. Aber wir haben wieder alles gemacht. Nee. Irgendwie leider nicht. Vielen Dank.